Nach vier Stunden, Grenzübergang, sind wir da jetzt bei Wiener Radhoff an der Theis. Das ist unser Luxushotel hier in Königsfeld. Schön, aber etwas verkommen. So, und da geht diese Eisenbahn schneller, dass es so stark regnet. Und da hört es auf, die Eisenbahn. Niedelburg, Europa. In der Durbaser Thysheim Hotel Theis. Wir stehen hier bei Luhi am Urlaub der Weißen Thys. Noch ein geiles Frühstück. Und da geht's. 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 Und da geht's beinhalten. Das ist unser Luxushotel. Und da rasch der Gründ. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.